Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zur offiziellen Eröffnung des Bürgerfestes im Rahmen des Tags der Deutschen Einheit. Hier mit meiner Kollegin Theresa am Markt. Ja, ich bin extra aus Wismar einmal hergekommen. Ich dachte, das kann ich mir nicht entgehen lassen. Schauen wir mal so um, was hier so alles los ist. Ja, da ist einiges los. Also diese drei Festtage, da ist viel geboten. Wir werden einige Programmpunkte für Sie mit begleiten. Da freuen wir uns schon sehr drauf. Was liegt bei dir so an? Boah, ich bin auf jeden Fall bei vielen Konzerten dabei. Juli zum Beispiel, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Dann schaue ich mich auf der Ländermeile um und natürlich treffe ich mich auch mit dem Bundeskanzler und vielleicht kriegen wir ja auch Friedrich Merz vors Mikrofon. Mal schauen. Also einiges geboten. Wir sind dann auf der MV-Meile unterwegs. Mal schauen, was unser schönes Bundesland denn hier so anzubieten hat. Und natürlich auch hier am Marktplatz unterwegs und in der ganzen Stadt. Mal schauen, was wir für sie noch so alles dann einfangen können. Eintrag ins goldene Buch werden wir haben mit der ganzen Politprominenz. Also das wird sehr, sehr schön. Ganz, ganz tolle Veranstaltung. Und eins noch dazu. Kommen Sie mal näher. Das ist alles für Umme. Alles im Rahmen des Bürgerfestes, alle Veranstaltungen, Mitmachangebote kostenlos. Toll, oder? Unglaublich. Du Jens, ich muss tatsächlich schon los. Ich muss zu IHK. Da habe ich nämlich gleich meinen ersten Programmpunkt. Wir sehen uns dann da wieder. Also Theresa, ganz, ganz lieben Dank. Schon unterwegs zum nächsten Programmpunkt. So wird es uns in den nächsten Tagen hier gehen. Hier freuen wir uns jetzt auf die offizielle Eröffnung des Bürgerfestes mit der Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und unserem Oberbürgermeister Dr. Rico Badenschier. So, wir schauen mal rein. Die Chance ist, dass wir heute hier feiern können. Vielen Dank an alle. Heute Abend, übermorgen. Schön, dass Sie alle dabei sind. Bei mir, Ministerpräsidentin Manuela Schwesig. Gerade die feierliche Eröffnung des Bürgerfestes. Sie haben auch extra angesprochen, vereint Segelsetzen. Die haben wir dann noch. Auch gesetzt, vereint feiern. Das war auch eine anstrengende Vorbereitung. Ja, also ganz viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ganz viele Leute, auch von den Firmen, von den Agenturen, von denen, die alles hier aufbauen, haben so viel geleistet die letzten Tage. Man konnte ja richtig zugucken, wie Schwerin immer mehr gewachsen ist. Und vielen, vielen Dank für die tolle Arbeit. Ich glaube, das wird ein ganz tolles Fest. Und ich freue mich, dass schon so viele Bürgerinnen und Bürger da sind und passend jetzt auch die Sonne. Sie haben dann auch noch Torte angeschnitten. Also Feiern gehört natürlich dazu nach der harten Vorbereitung. Was feiern Sie in den nächsten drei Tagen? Worauf freuen Sie sich am meisten? Ich freue mich einfach auf die Bürgerinnen und Bürger aus dem Land, aber auch aus ganz Deutschland. Es ist für uns eine ganz, ganz tolle Chance, die so nicht nochmal wiederkommt, für Schwerin zu werben, aber auch für das ganze Land zu werben. Ich freue mich besonders auf die Ländermeile, die verschiedenen Länder zu sehen. Ich freue mich sehr auch auf das Konzert mit Roland Kaiser und auch abends auf die Schloss, die Lichtershow am Schloss. Das ist, glaube ich, echt Gänsehaut, wenn man das sieht. Definitiv. Freuen wir uns alle gemeinsam drauf. Also wir werden Sie mit Sicherheit in den nächsten Tagen hier immer bei einigen Veranstaltungen sehen. Ganz, ganz lieben Dank bis hierhin und natürlich Ihnen auch. Schöne Feierlichkeit. Ihnen auch, auch wenn Sie arbeiten müssen. Viel Spaß. Wir alle. Ganz, ganz lieben Dank. Dankeschön. Die Ministerpräsidentin. Schön, dass Sie noch Zeit gefunden hat nach dem Torte-Anschneiden und ich glaube, wir gönnen uns jetzt auch ein bisschen was von der feierlichen Bürgerfest-Einheitstorte und zeigen Ihnen noch ein paar weitere Impressionen hier vom Markt, von der Eröffnung. So, wir haben es gerade angesprochen, die Ministerpräsidentin hat die Einheitstorte angeschnitten, die Bürgerfest-Torte. Wie schmeckt es denn den Bürgern? Also wie Sie sehen, hervorragend, ne? Wonach schmeckt es? Also es sieht sehr schokoladig aus. Es ist natürlich Schokolade, ne? Und das ist so, ja, also damit kann man gut feiern. Ja, damit kann man gut feiern. Darauf habe ich heute auch hier ein Auge gleich gehabt, dass ich davon ein Stückchen abbekomme, ne? Auch nur ein Stück oder darf es noch ein zweites sein? Nein, eins reicht also wirklich, ne? Die anderen sollen ja auch noch was haben, ne? Genau, so ist es, ne? So ist das nämlich, einheitlich feiern oder vereint feiern, das machen wir hier gemeinsam. Was machen Sie denn noch so in den nächsten Tagen? Worauf freuen Sie sich hier beim Bürgerfest? Ähm, ja, einfach auf die Veranstaltungen und was hier noch so los ist, ne? Roland Kaiser vielleicht, wenn man da noch ein Plätzchen bekommt. Müssen wir mal schauen. Noch mal mit Manuela Schwesig sprechen, ne? Ob sie einen mit reinnimmt. Ach so, ja. Meinen Sie? Ja, wenn sie Ihnen schon ein Stück Torte gibt. Ja, guck mal, kann es versuchen, ne? Auf jeden Fall. Also wir probieren es natürlich für Sie auch noch zu Roland Kaiser zu kommen. Vielleicht sehen wir uns da wieder. Auf jeden Fall. Dann noch guten Appetit. Danke schön. Danke, viel Spaß noch bei den Feiern. Und wir essen weiter den Einheitskuchen. Wie schmeckt der Ihnen denn? Wunderbar, wunderbar. Vor allen Dingen, man hat ihn sich ja verdient, ne? Nach langem Anstehen. Absolut, lange angestanden, aber man kriegt ja auch nicht jeden Tag ein Stück Kuchen von der Ministerpräsidentin, ne? Na, die war schon weg. Ach so, haben Sie von jemand anderem die Stück Torte bekommen? Aber die Ministerpräsidentin hat es angeschnitten. Ich habe gesehen, ja. So, und Sie haben auch noch das Glück, Sie haben die Deutschlandfahne mit auf den Kuchen hier. Guck mal. Genau. Das war das Stück ganz außen. Sie sind ein Glückskind? Ja, kann man so sagen. Man kann auch sagen, ein Kind der Einheit. Sie sind im Osten oder Westen geboren? Im Osten. So, wo genau? Na ja, geboren an der Elbe, so an Wurz. Aber Sie leben jetzt in Schwerin oder sind zu Besuch? Zu Besuch, zu Besuch. Wie gefällt es Ihnen denn bisher? Super, super, ja. Wir haben ja erstmal nur das hier gesehen. Wir wollen uns noch die ganze Meile anschauen. Und ja, mal sehen, was uns so alles Spannendes noch beschert wird. Wenn es schon mit einem schönen Stück Kuchen anfängt, mit Deutschlandfahne drauf, dann ist es ein toller Start. Ja. Worauf freuen Sie sich denn besonders in den nächsten Tagen? Äh, ja, das kann man da nicht so sagen. Es sind ja so vielfältige Veranstaltungen. Da lassen wir uns überraschen. Vor allem das Schöne ist ja, ist ja alles kostenlos. Man muss vorher gar nichts unbedingt planen. Man geht einfach mal hin. Das auch. Man kann sich dann immer wieder überlegen, gehe ich da hin oder gehe ich da hin. Man muss sich da nicht festlegen. Das ist das Schöne. Also legen wir uns nicht fest. Wir gehen einfach mal weiter. Ganz, ganz herzlich. Dank und lassen Sie es sich noch schmecken. Dankeschön. Ja und mit diesen musikalischen Impressionen geben wir jetzt zu meiner Kollegin Teresa, die in der IHK zu Gast ist. Vielen Dank.